Hallo, wir sind hier im Russengarten mit der besten Aussicht auf die Stadt Bern, mit dem Münster und dem Berggraben hier unten, irgendwo und mit dem Gurten. Das Gurtenfestival hat nicht stattgefunden wegen Corona-Virus. Hier haben wir noch das Widerland und hier ist der ganze Garten mit all den Blumen. Die Aussicht auf die Altstadt ist schon einmalig mit der Aare. Hier sieht man die Aare schon in grünen Jahren. Und das Münster. Und ja, das ist heute noch ein ganzes Wetter. Ich hoffe es hat euch gefallen. Das Wetter ist leider schlecht. Aber eben es ist Herbstwetter. Und schon bald kommt der Schnee. Bis auf 1000 Meter runter hat es Schnee gegeben. Aber ich freue mich auf nächsten Sommer. Und hoffentlich schön warm ist. Der ist jedes Jahr in der Brenze Wetter regnet. Und plötzlich werden das Empedienz. Vielen Dank.